hallo und willkommen zurück zu einer neuen folge plants were zombies seit lange mal wieder ich habe mir gedacht wir spielen eine runde wir sind hier als erbsenkanone unterwegs und müssen jetzt die gegner aufspüren und töten damit wir das hier gewinnen aber sieht so als würden wir gewinnen okay das ist einfach zu früh gesagt ich meine steht 60 das heißt alles noch der hat ausgesehen wie so ein allstar wenn es so schon los geht dann sind wir auf jeden fall verkackt aber das team sieht so aus als wer ist ausnahmsweise mal relativ gut normalerweise sind die teams hier nicht so geil davon ist auch schon der den haben wir gar nicht gesehen denn der c obs wir sind komplette da und schon die wir uns wahrscheinlich auch nicht schaffen oder schaffen sie sich meine ich erst jetzt kommt 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 er schafft es ich glaube an den die sterben ein haariger freund nein komm 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 oh ja okay gut alter immerhin unsere unsere chili bombe den noch obst genommen das ist schon mal absolut gut gewesen die runde ist immer nicht so eine geile runde bis jetzt verliegt doch an der erbsenkanone habe ich ja wobei ich bock auf die haben schauen wir mal der schon wieder ist es einfach nur der schlechtes internet war noch einer haben wir den erwischt den haben wir auch unterstützt ich dachte mir schon alter warum kriegen wir hier kein bisschen im team hier bleiben ich dachte schon hier kommt der nächste an gerannt aber anscheinend nicht so ganz 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 muss ich schon sagen alter das macht zurzeit schon wieder richtig spaß hat wieder so eine downphase in dem spiel aber jetzt wieder etwas krassere hochphase nice ist in dem 10 das heißt wir können den auf upgraden das gefällt mir doch erbten kann upgrade etwas schöner scheiße jetzt ist er weg den haben war so schlecht mit der und länger ich laufen hat nur war stadtschwierigkeiten der haben wir gar nicht gesehen der ist tot da unten weiß ich nicht ob das einer war von einer runde gesprungen dabei wird aber nicht nachschauen einfach nur aus gründen der nationalen sicherheit schmerzen ok perfekte hat ihn sehr nice das ist nur dieser scheiß roboter alter wo ist er denn hin wo nein junge was war das jetzt das war der das war der hier jonge 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 das muss jetzt nicht sein das hätte jetzt nicht sein gewusst tatsächlich kommt einer sieht nicht aus bis jetzt sieht es noch gut aus auch von der punkte zahl ich schaue jetzt mal nicht nach welche platzierung ich bin das schauen wir dann am ende ich bin meistens in den guten runden immer team bester heute habe ich ein bisschen zweifel wobei ich denke ich mal nicht so komplett abscheißen war das so eine ganz normale chillige runde könnte besser sein ist aber beschweren kann man sich da normal eher weniger von wo von wo von wo keine ahnung der ist tot wie mir keine ahnung wenn er treffe ich nett oder keine ahnung was da das probleme das internet bei den anderen schlecht oder bei mir ich weiß es mal ich weiß nicht ob jetzt mit mir war oder ein oder andere treffer hat einfach nicht gezählt mein juckst du wenn die gegner sterben aber trotzdem scheiße gut ich denke hier geht es weiter aber hier geht es nicht weiter wenn man da hoch war da ich ja da irgendwas ach du scheiße mit seiner explosiven politik haben wir ja okay wir haben da wenigstens oh mein gott komm heim ich finde schon da ja perfekt ehrenmänner das sieht doch so aus am skinner als hätte er ahnung oder dafür riesenglück im game so ein kill noch den gönne ich auf jeden fall ein teammate ja okay dafür sterbe ich halt nochmal aber ich glaube wir haben jetzt eh gewonnen dafür ist mir der tod dann auch okay oder schaffen dies Junge jetzt ob wir immer noch nicht den einen abschluss haben was ist das denn alter ob jetzt wenn man den schon ein teammate gönnt man sollte es auch einer von denen machen ich habe irgendwie inkomit denn da ist der letzte abschluss habe ich ihn doch selbst gemacht den letzten abschluss na gut schauen wir uns mal die spektakel an haben trotzdem gut gewonnen die runde war es zu mäßig gut würde ich mal behaupten ich denke nicht dass ich der beste war aber schlecht war ich denke wir uns auch nicht schau mal schau mal komm zeig 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 da sind wir doch am start als mit den meisten unterstützten kills bin ich dabei sieben unterstützte kills habe ich okay ich denke der mais war besser als ich ja aber gut zweiter der mais war besser wenn es euch gefallen hat liken abonnieren kommentieren ihr wisst bescheid und dann bis zum nächsten mal ciao ciao